Willkommen zurück zu EFSCAPE Das geht zu einer Militärarchie gemacht! Ja, es ist mir so ein Stink in der Kanalisation, aber ich kann es nicht ändern. Und hier fehler Aspekt der Münzen! Fuck, man! Wo sind die? Oh, 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 wie viele Fehlender wollen? Das zeigt sie uns hier jetzt. Eine! Und fünf Affen, ey! No, oh no! Oh, ey! Oh mein Gott! Oh mein, geht nicht! Ach, Mann! Hm! Ich erinnere mich, auf der Abfluss vor. Oh, es war ein Affe, aber... Keine Ahnung, wo man ihn kriegt. Dieser hier. Posiert gerne, posch! Oh, da ist die letzte Spektrums bei dem Spaß hier. Aha! Da war die wenigsten auch schon mal im Bauch, die auch noch nicht nachsuchen. Und ich schaue mir das jetzt mal an, ob es da jetzt irgendwie einen Trick gibt, den zu erreichen. Sonst, keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung. Oder kann man hier irgendwie unterirdisch, was machen? Tauchen oder so? Nee, kann man nicht. Scheiße! Das gefällt mir ganz so gar nicht. Ich weiß, wie man da hinkommt. Ja, ich glaube, dass dieser Affe auch wirklich mehreren Spielern Problem bereitet. Weil... Jetzt zweifelt man, glaube ich, gern dran. Komm ich das so hoch? Nee. Das ist nicht schön, Freunde. Ja, was mache ich jetzt? Äh... Der, ah! Sie ist auch wieder da! Keinen Bock auf den! Das ist sowas für gar nicht! Ich schaue jetzt einfach ab. Oh, nö! Ja, aber ich denke mal, geht nur mit in der Kanalisation. Dass man irgendwie da rauskommt und dann bei dem landet. Sonst, keine Ahnung. Jetzt muss ich jetzt irgendwie im Internet nachgucken. Oh, ne, die Bienen wieder. Die overpowereden Gegner, ey. War so schwer zu treffen. Und die sind so schnell da und... Ja, nervig ohne Ende. Naja, ab in der Kanalisation, ey. Kanalisation, ey. Da halte ich nichts davon. Naja, die wird nichts davon. Kids! Ja, scheiße. Bock drauf! Egal! Ah, die Gegner, die lasse ich jetzt mal. Was bringen mir die? Nur Ärger. Äh... Ah! Aha! Köpft der Propeller mal jetzt mal weg. Oh, mein armer Propeller. Ich mag dich doch. Naja. Den bauen wir eh gleich wieder. Ja... Also ohne Propeller kommen wir eigentlich selten weiter. Mhm. Ja, da oben müssen wir zum... Da dada dada dada... Da da dada dada dada... Daudidaudi-da-daudi... Neh, mal ganz ehrlich... Was am celebrating? Sind doch Affen? Aha. Eheh... Na, bringt es das uns? Was passiert hier nochmal? Mollgons, ehrlich. Aha. Ich glaube, da bin ich auch einmal lang gegangen, oder? Ach ja, das ging zu diesen roten Affen, ne? Genau, da gehen wir nur im Kreis. Das bringt es nicht. Obwohl, ach scheiße, Mann. Muss ich da eben letztendlich nochmal hin? Das ist mir jetzt relativ... Ich gehe jetzt hier mal weiter. Und gucke, ob es hier noch Affen gibt. Ja, in der Tat. Wo der ist, fragt mich nicht. Ach doch, der war in diesem Käfig, ne? Oh, jetzt wollte ich den Propeller. Komm schon. Drauf da. Drauf da. Aha, ich weiß. Ach nee, wie komme ich? Hm? Ach so, von hinten. Das ist irgendwie Wasser. Boah, nicht zerblätten hier. Scheiß Fass, Mann. Ja, noch größere Fässer, why not? Hm. Hm. Ne, da komme ich nur hinten fast drauf. Mal gucken, ob es da was hat. Ah, scheiße. Ach so, komme ich auch irgendwie hoch. Lol. Ne, da kann ich leider nicht drauf. Das habe ich ja gedacht. Kann halt nicht. Boah, jetzt rutscht ich aber mir zu weit ab für meinen Geschmack. Ne, ist das Fass, bitte? Hm. Ne. Ach, da wird auch nichts sein, Freunde. Scheiße, ich bin unten. Mann. Das geht nicht. Was ist vor? Ach doch, doch. Geht, 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 geht. Oh, wenn du assi. Oh, du bist doch so ein Spaß. Blöde Schwein, du. Verdammtes, ekliges, pinkes Schwuchtelviech. Sorry. Das nervt. Das eklige Ding, ey. So ein hässlicher Gegner. Wie konnten die nur so hässliche Gegner programmieren hier? Kann man nur solche Gegner ins Spiel bringen, mal ganz ehrlich? Und teilen die sich noch so schwul, ey, mal ganz ehrlich. Oh, ja, ich habe keinen Bock mehr. Hier, ich will sterben und Tschüss. Ich bin eh, wo ich will jetzt hier sterben, die Welt ist so scheiße. Dann bist du ja, kein Spaß. Bitte. Dann bin ich wenigstens wieder am Anfang. Hä? Das war auch noch eine Secret-Plattform. Mhm. 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 Ist natürlich gut, dass wir die jetzt entdeckt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas ist. Was Geheimes. Secret. Wo ist das Secret? Sagt es mir. Nein, das könnte echt guter sein. Was gibt's denn da schon, dass ich schaue mir das doch jetzt mal, ne? Oh, ein extra Leben nur, ey. Ah, you fucking kidding me, ohne Spaß. Was muss das sein? Leute, hier kriegt ihr ein extra Leben. Epic. Oh, Mann, ey. Habe ich da jetzt vielleicht wieder hoch? Und die ganze Scheiße. Oh, nee. Okay, ich muss echt jetzt nochmal. Fuck off. Oh, ich hab... Hier haben wir zwei Affen, wo ich überhaupt nicht weiß, wie man da hinkommt. Geile Sache. Einmal der auf dem Abflussrohr und der im Käfig da. Ist kein... Eingang fürs Auto oder kein zerstörbares Gitter für den Boxhandschuh. Also, keine Ahnung. Und oben bringt's auch nichts. War ich, glaube ich, beim letzten Mal drauf. Geht so ein Feuer weiter. Scheiße. Dann lass ich den Affen einfach weg. Nein, natürlich nicht. Wenn ich's nicht weiß, wie's geht, dann schau ich's im Internet nach. Und wenn du... Kleiner... Oh, nee, ne. Nee, ne. Nee, ne. Boah, ich muss hier irgendwie hochkommen. Nein. Ja, gut. Oh, nee. Oh, nee. Ich will doch nur fass, Mann. Und jetzt... Ja, so ist gut. So ist gut. Und du, du dreckiger Schuft, ne. So, ein Schiss, Mann. Oh, nee. Oh, nee. Na gut. Alle weg. Puh. Da ist schon mal wieder ein Affe. Ist ja immer ein kleiner Fortschritt, ne. Ja, halt dich doch da fest. So, wrong. Ha. Boah, wenn du jetzt runterfallen wärst, ne. So. Oh, oh, und du schießt mich jetzt hier nicht runter, ne. Du könntest mich gerne abknallen, aber nicht runterschießen, ne. Haben wir uns da verstanden? Ja, Idiot. Hahaha. Er hat eine Knarre und greift einfach so an. Oh, im Wasser ist es immer einfach. Brownie. Ich mag Schokolade. Oh ja, Brownies. Leckere Kekse. Ich bin ja so ein Keksfreak. Und ich brauche Brownies gerne mal. Großmaul. Schandmaul. Sharon. Was, ein Schandmaul. Nein, Spaß. Ähm. Äh. Where the hell? Ah, ich hab ne Idee. 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 Ja, und tauchst du jetzt auch mal? Ich drück die ganze Zeit auf tauchen und der macht's nicht. Du bist doch ein kleiner Honk. Häck mal hier nicht tauchen, doch. Okay. Boah, den geht doch die Luft aus. Als ob der hier lange tauchen könnte. Mal ganz ehrlich. Jetzt holst du schnell wieder Luft. Was, hier kann man keine Luft holen, verdammte. Tschüss. Tschüss. Boah, der seuf, der seuf. Hilf mir jetzt. Boah, war das knapp. Ich hab eh jetzt Schildscham bekommen. Und ja, so komm mal in den Käfig. Was willst du? Oh, nö. Doppelaffenhauer hier. Weißer Affe. Fuck off. Und noch der, der stückste Gegner. Ist klar. Dieser Schwule. Boah, ich hab keinen Bock auf den. Und tschüss, Mann. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Oh, Riva. Kleiner Idiot. Und der Affe aus dem Wasser, der wird auch noch ein Problem darstellen, meine Freunde. Denn. Der springt ja rum wie Weltmeister. Ach nee, der geht gar nicht auf den Fässer. Ich dachte schon. Ja, hier ist er kein Problem. Stell da kein Problem dar. Nee, nee. Vor allem kann er auch nix. So, da haben wir ja fast alles, oder? Zwei Affen noch? Zwei Affen noch. Okay. Und ich pack damit, die bei diesen einen Affen ist, wo wir nicht wissen, wie man da hinkommt. Boah, ich glaub, dass es nicht gut ist, hier den Propeller zu nutzen, weil irgendwie komm ich nie auf den Fass. Ich möchte jetzt auf das blaue Fass auf. Okay, ein Blaubeers Fass. Och, fuck off. Fuck off. Ja, klar. Why not? Ja. Ja, klar, grüne Fässer. Ist klar. Hm. Nein. Boah, ich kann das nicht mit den Fässern. So was von krass. Richtig schwer gemacht. Was ich jetzt mache, ja, mit Skills. Ohne Fässer geht's nicht auch. He, he, he. Ähm, wie ist das jetzt mit dem Ventilator, Freunde? Hier unten ist nix mehr. Ach so. Hier gab's den Zweigängen, ja, in der Tat. Was ist hier drin? Führt das nach draußen? Oder sind wir von daher gekommen? Ach so, ja. Von daher sind wir wahrscheinlich gekommen, ne? Nee. Doch. Okay. Okay, Epic Fail. Ich hab keine Orientierungssinn, ich weiß. Heul doch. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Ah, bin ich kein Fachabfinder geworden. Merkt euch das. Neh, mal ganz ehrlich. Das sieht strange aus. Das muss ich bestimmt in Reifen, man. Sonst biegt da nicht schnell genug durch. Hm. Läuft. Boah, zwei von hier sind overpowered und Dreckswiegern, ey. Komm. Ah, und tschüss, Mann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ihr dummer Dreckswieger. So, jetzt kommt der Affe da wieder rein, Mann. Ist sie ein Affe? Woher ist sie mal? Ach ja, Großmall habe ich vergessen. Wer ist sie? Sharon. Okay, Sharon, wo bist du? Sei dicht. Show me your face. Show me your moves. Neh, mal ganz sehen. Äh. Äh, aha. Aha. Batao. Oh, can I. Come to this point. Und ist im Wasser noch irgendwie ein Secret? Extra live. Specter, aber es kann da nicht sein, weil die letzte Urm war. In der Overworld. Ah, hier ist aber auch noch ein Secret. Da komme ich wahrscheinlich in die Overworld. I don't know. Aber dafür ist es scheinbar nur das Wasser. Hier muss der Honk sich jetzt festkrallen. Ja, macht er gut diesmal. Oh, nee, macht er. Hätte ich ihm mal nicht gelobt. Ist so dumm zum Atmen schon bald, oder? Was ich machen muss, ist. Ja, das ist aber ein bisschen verrückt. Oh, da ist die Großmall. Ist egal. Ach, der kann ja gar nicht. Hat eine Waffe und greift mit Fäusten. Ach nee, Chuck Norris. Ist ehrlich. Ähm. Ja, ich taue mal hier ab und ich hoffe, mein Gott, dass wir jetzt in der Overworld kommen. Komm, 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 komm. Bitte. Yes. Ich bin so gut. Und wenn er mich jetzt hier runterschmeißt, ne? Denn beende ich das Letztplay. Mal ganz ehrlich, den ganzen Scheiß nochmal laufen. Nicht mit mir. Boah, und wo der auch steht. Guckt euch das an. Eine Attacke und hier liegt unten. Tschüss. Fuck off. Ich hab Angst vor dem. Kann ich den mit Zwill außer Gefecht setzen? Boah, der schießt mich auch ab, der Spaß. Ne. Das ist schlecht, Freunde. Das ist schlecht. Fahr der schon vor Anfang. Ach, groß, ich weiß. Oh. Das ist doch ein Assi. Ist der jetzt beruhigt, der sich mal wieder? Ja. Mag ich es nicht mit anschleichen? Weiß zwar nicht, wie viel Alarm der Spaten hat. Ja. Ja. Oh, oh. Ja, es ist donk. Zum Glück. Boom. Taktik, FTW. Wie immer mache ich das mit Taktik hier. Und, boah. Super gelöst das Problem. Ain't geil. Aber so richtig gut war es gemacht. Boah, ich hätte mich da runtergeschmissen. Leute. Könnt ihr da mit mir fühlen? Mal ganz ehrlich. Boah, es ist asozial vom Spiel. Musste wieder die ganze Kanalisation machen, ey. Oh. Wenn sie am besten Schalter hingebaut hätten, dass da eine Treppe kommt oder so. Boah, boah. Und dann schmeißt er mich nachher noch in den Roboter rein. Boah, boah. Ich möchte gar nicht dran denken. Chris, ihr altträume bei. Schlimmer als in jedem Gruselfilm, Freunde. Mit diesem Stockerlebnis möchte ich mich hier verabschieden. Und wir sehen uns im nächsten Mal, Freunde. In der Fabrik. In der Waffenfabrik von Inspektor. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.